willkommen so viele Freunde bei Ahr aber auch und der Lerner gerade gegen einen übelsten Prozent Kogodil Kogodal Dundee Man und wie als Unterstützung beim Film ist der Onkel Hallö schön wir haben und der Nero Joa und der Noxi Hallö und der Dynamo Man 9 und der Geiser Man ist auch noch da oder Joa hallo Geiserie ja das wären wir unser Team hier wir sind gerade auf der Jagd ich und der Onkel und die anderen machen was anderes ich hab Prime Meat ich hab zweimal Prime Meat liebe Freunde aber es bringt uns nichts wir brauchen unbedingt einen Deserved Bin Ohne Spaß Die Räucherkammer die Kleine Jupp 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 Ja dann können wir noch ein bisschen weiterjagen Ilobe it findest du mich nett Wo bist du denn Was Du hör doch mal auf, um mit deinem Handy zu schreiben und komm Ich mach nix mit Handy, ich hab doch gesagt, ich leck Du bist manchmal vor mir und dann bist du wieder weg Auch noch nach dem siebten Part hat sich nix geändert Was für immer noch nicht Mach ich den ganzen Tag Telekom pinkelt auf die Internetleitung Komm mal da rüber Ja, teste du mal Und? Ja Festschreifen HIV, hau, positiv Ähm, abfangs gab's den noch, wo die Preserved bin Rechnung schick ich dir So, und Wut? Ich muss kurz was essen Aber ihr seht schon, liebe Freunde Mit Pfeil und Bogen macht die Sache schon mehr Spaß Und einfacher Also ich muss sagen, wir waren auch sehr erfolgreich Hier hinten im Eck Wir haben Nummer 2 Dodo Spooky Level 16 Dilo Und besattelter Parasaurus Und ein Dodo, der gleich fertig ist Geil, ich kann Preserved bin Er ist tot, genau sie nicht, alles tot Oh, jetzt hab ich die Zeug Jetzt hab ich grad... Ja, ja Was dann? Ah, ich kann Preserved bin Wer sch... Janik? Don't work that fiber, alles Vielleicht wäre ein klein... Ah, Alter, was haben wir gemacht gerade mit dem Scheiß-Track Ja, bitte Janik? Ja? Was sparst du dir? Den Preserved bin, wenn der Noxy den macht, brauch ich den nicht zu lernen Äh, ja Alter, ich werde sterben Alles klar Ja, ist doch schön Äh, wie viel soll ich machen? Drei Stück? Schicken die? Schicken drei? Joa Ja, ja Kann einer von euch spar-couder? Äh, ja Ja Da hat hier schon was drin in dem einen Mörser Finde ich sehr gut Boah Es läuft doch besser als gedacht, muss ich sagen Ich dachte, es wird genauso chaotisch wie Tribe Force Ne, das ist echt geschmaltig Ja, Tribe Force waren halt immer noch die Anfänge Das hat man auch gemerkt Wie meinst du das jetzt? Äh, durch den chaotischen Zustand da Welchen chaotischen Zustand? Was? Welchen nicht? Ne, also hier läuft es schon ein bisschen organisiert ab, muss ich sagen Ne, das läuft echt geschmeidig, gefällt mir Stimmung passt Zusammengehörigkeit passt Alles super Damals kannten wir uns noch nicht, da waren wir noch freundlich zueinander Okay, das Problem ist, ähm Ja, das wieder Heimfinden dann, ne? Was? Warte mal kurz Äh, Spunk-Powderöl und Warte mal in die Richtung latschen Was war da Öl? Scheiße, wo soll man jetzt Öl herkriegen? Pumpen aus dem Wasser Ja, da brauchen wir Dingens, da brauchen wir Dingens Wie heißt der denn? Ein Delfin-Käfer Oh nein Aber ich würde sagen, ich baue die Tage auch mal, keine Ahnung, ob ich das on oder offline mache Äh, nochmal ein paar Behälter oben Also die Schränke Boah, wir brauchen Platz Das klingt gut, ja Ja, ne? Ähm Was wolltest du? Hallo, wo bist du schon wieder? Ich bin tot Scheiße Mistfliegen, ey Und wieder ein Toter Was hast du denn nix? Nooah Das sagt nichts Hat er doch Hm, scheiße Ich hab das nicht gesehen Ich hab das nicht gesehen Wolle ich nicht mitbekommen, du hast das Scheiße gesagt Ja, ich auch nicht, aber ist ja egal Onkel, guck mal, ob du meine Leiche findest Meine ganzen Klamotten Für Wunsch Wie wollen wir nennen unseren Stego? Platty? Wir haben Stego Ja, aber jetzt ist Stego Der, ja Wir haben grad geteamt Schön, dass du mir zuhörst Ja, ich hör dir zu, nur die Sache ist ja immer noch Warum zum Geier haben wir uns Stego? Jetzt bin ich auch tot Ah, ne, jetzt Stego, ja klar, ja, 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 schon, ja Natürlich War woanders War nicht vor ein paar Folgen die Frage nach Kompis Ich hätte hier ein paar Ja, wir haben auch Fragen, welche Begegnnisse Das ist süß, ne? So, Rewana, wir müssen dahin jetzt laufen, ganz schnell Ja, ja, ich bin ja tot Du musst meine Klamotten retten, bitte Ich, ey, ich bin auch grad gestorben Achso Oh Mann, warum das denn? Nein, es tut nicht weh, glaub mir Es tut nicht, Gott sei Dank Das ist alles Absicht Ich bin froh, dass ich nicht höre Ah, da sind die Kompis, cool Warum haben die denn bloß einstehen, was heißt das? Ähm, je mehr die auf, äh, von denen auf einem Fleck sind Dann kriegen die noch mal ein Ost an Stärke und Herz und sowas Oh, guck mal, unsere, die Lofos, ey, die zerfetzen die Alter, das sind ja richtige, hungrige Bestien, ey Habt ihr die nicht gefüttert? Habt ihr die nicht gestillt? Scheiße, wie sollen wir jetzt deine Klamotten holen? Der quatscht hier und guckt Gombis zu, da Oh, äh, ich geh alleine, ich geh alleine los Ich komm mit, ich komm Ich komm, ja, ich geh holen Gombi gucken Alter, Vater Das tut nicht weh Wo bist du denn jetzt? Ich dachte, wir laufen los Na, ich lauf schon lang dorthin Mal, mein Gott Wir gehen ja erstmal ein bisschen weiterjagen, würde ich sagen So schnell bin ich nicht Äh, ich hau erst noch den einen Dodo hier, K.O. So, haben wir hier alles Haben wir noch ein Weibchen Scheiße, so Soll ich eigentlich mal ein Taming Pit oder sowas mal basteln? Langsam, aber sicher mal Würde sich eigentlich schon rentieren, würde ich sagen Ach komm, das ist ja gefeiert, das stellen ist ja egal Ach, wir sind doch ins Land das Innere gelaufen Was mach ich denn, wo lauf ich denn hin? Ja, deswegen, ich find dich auch nicht Du bist doch in eine verkehrte Richtung gelatscht Ja Prost 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 Was haben sie getötet? Ihr seid doch böse! Böse Tiere! Was macht ihr da zum Teufel? Das willst du gar nicht wissen. Will ich auch nicht, aber trotzdem frage ich aus Anstand. Ich wollte gerade noch Parasaurus zählen, aber mein Dealer und mein Dodo haben den gerade getötet. Ihr kriegt das vorgehalten, das wisst ihr. Warte mal, wenn der Möller wieder da ist. Wieso? Der durfte ja am Anfang nichts tamen. Der wird frech. Oh, du hast Tamet und Dodo. Bitte was? Geht er bei mir gerade? Ja. Du hast Tamet und Dodo. Ihr Name ist... Tamet und Dodo. Dodo? Nein, da vorne ist ein Sarko. Dodo, 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 Dodo. Dodo, 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 Dodo Sonst folgt mir einer diesmal hier, komm mal so, genau. Raus hier aus dem Scheißwasser, Alter. Wir brauchen dringend noch eine zweite Tür, ewig bleibt hier einer in der Tür stehen. Nimm den Box nicht immer weg. Naja, Onkel. Wie hieß? Achso. Was war denn hier? Ah, ist das herrlich. Ah, da ist er, der Nordsee. Diese dreckige Scheißkäfer. Die miesen Viecher, die sind aber auch so blöd. Ja, ich hab sie getötet. Ananas mit Soße. So. Autsch. Unsere Dinos, äh, Ferkel, die kacken überall hin. Müssen wir mal ein Katzenklo aufstellen. Die nehmen sich halt ein gutes Beispiel an dir. Ja, ich mach das ja auch so. Natürlich, auf daheim. Ich hab extra an meiner Ritterrüstung hinten ein kleines Loch. Was? Ich nicht? Es isoliert besser. Wird warm, ne? Rewano, meinst du eine doofe Frage, wo bist denn du? Am Haus. Ich bin nicht weitergelaufen, weil ich nicht weiß, wo ich hinlaufen muss. Und du wolltest ja nicht zurückkommen. Oh, der kleine Rewano möchte bitte an der Kasse abgeholt werden. Ja, genau. Bin ich da nie wieder zurück. Cool. Der hat ja eine Lederrüstung auch. Die schnapp ich mir. Ja, die will ich auch wieder haben. Was? Die Lederrüstung. Die kannst du doch machen, die kostet doch nichts. Den Lederlappen. Ich bin doch jetzt hier extra nicht so weit gelaufen, um dann dabei das Zeug selber zu machen. Alter, wie viele Kisten baut die denn hier unten hin? Was macht denn die für ein Kack? Bau dir deine Rüstung selber. Hallo? Warum baut ihr hier so viele Kisten hier unten hin? So? Es gibt hier keine Antwort, Lachse. Hey, grüße dich. Ich hab keine Kiste gebaut da unten. Alles voll mit dem Scheiß. Was soll denn der Mist? Draußen ist ein Kompost drauf und da können die Kacke rein. Ich tu mal ein bisschen Scheiß reinschmeißen, wa? Alter, du bist so obszön manchmal. Ja, hallo? Außerdem kann ich mir die nicht selber bauen, Rewano, weil ich mir diese Entgrammen gar nicht freigeschalten hab, weil ich andere Sachen mir freischalte. Verstehst du das? Deswegen, wir bauen den Mist da hin. Aber meine Waffen und so möchte ich wieder haben. Welche Waffen? Bist du nett, du hast den Quark gebaut. Jetzt bist du sie schuld. Die will eh keiner. Boah, was im Inventar ist halt. Was für ein schönes Bild, ey. Ich hab hier tausend, ich hab hier tausend Sachen. Was? Ich dachte nur drölf. Ja tausend, das tausend ist ja schon. Aber ich kann mir keine Lederrüstung mehr machen, weil ich kein Heiter. Du hast schon einen Doter verfolgt, Noxy. Ja, sie. Ja, sie hörst. Wieso? Äh, hi. Üffig. Katzen. Katzen. Nicht nur für Hunde, auch für Katzen. Katzen. Katzenklo. 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 Ja, das macht Rewano froh. Einigesammelt. Alter. Hat einer von euch Setsch? 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 Setsch. Setsch. Ja gut, da, da, da. Ach man. Ich erwisch diesen Fick Fisch nicht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Bauen wir uns mal bissl Lederrüstung, ne? Neuer Arm. Aber ich brauch Setsch, mein Freund. So lange, schreiß mir da. Warte. Bitte? Ob du schon den Ofen gelernt hast, dann können wir schon mal Metall einschmelzen. Ne, bis jetzt noch nicht. Na, dann mach ich das kurz. Jo, mach das. Er macht das, denn er kann das. Er macht das, denn er kann das. So, jetzt wird's. So, jetzt wird's. So, jetzt wird's. Jetzt wieder zurückfinden. Geht's durch? Geht's? Lass wir mal raus, bitte. Danke. Oh, du müsst gleich aufsammeln. Haha. Ich hab noch Ressourcen zum zurücklegen. Ist da noch irgendwo Heid? Ja. Ja, oben in Heid. Ich pack sie voll dabei. Oder ist sie leer? Ist sie leer? Ja, ich hab sie im Inventar. Scheiße. Ach Gott. Sowas sagt man nicht. Auf damit. Sowas sagt man nicht. Sowas packt man unten in den Komposthaufen. Genau. Rund und warm. Ich glaub die ganzen Kisten, die ganzen Schränke muss ja alles weiter nach rechts setzen. Das ist doch kacke hier. Ja, bitte. Ah, ich hab grad'n Dodo den Haufen geklaut. Wow. Das ist ne Top Leistung, Mann. Wahnsinn, Wahnsinn. Und das gleich dreimal. Bravo. Oh, jetzt hier. Jetzt hat er sich selbst übertroffen, der Rivano. Ich hab dir jetzt sogar gesagt, dass die alle dreien gleichzeitig werfen sollen. Pass auf, die nächste Stufe... Du, aber Rivano. Ich top dich. Die nächste Stufe ist ein kleines Kind ein Lolli klein. Was? Level 8 der Dodo und Headshot. Bam. Was? Und der läuft einfach weiter. Der läuft weiter mit dem Pfeil um den Kopf. Der Oblei ist wie gestärbt. Jetzt ist der Tod. Seid ihr also aggressiv? Sind wir doch gar nicht. Wir sind im Mittelalter. Da muss man so sein. Bist du weich, bist du tot. Ganz einfach. Ne, bist du weich, wirst du nicht schwanger. So war das. Ne, ja, ne. Oh, ja. Was? Ja, ne. Ohne Worte. Dynamo. Ich bin wieder da. Lalalala. Wo ist mein Wann? Ich bin wieder hier. Ja, ich hab da jetzt noch einen Haufen. Dynamo, wo bist du hier? In meinem Revier. Direkt unter dir. Ich schmeiß dir mal was raus. Onkel, hast du meine Klamotten? Ja. Nein. Nochmal zu mir. Warum nicht? Ich bin hier gerade am suchen, wo alles hingehört, weil wir haben ja hier... Ah, falscher. Sergeant, Sergeant. Warte mal, wo bist du denn? Oben im Haus. Ja, wo bist du denn? Ja, wo bist du denn? Lass uns mal hinterm Haus treffen. Und reden. Oh Gott. Das geht nach einer ganz schlechten Idee. Ich komm in das Haus. Oh, Junge. Ja, ich komm da. Ich bin da auch. Ne, draußen, da. Mann, was machen wir denn los? Wie, wie ist es so, um meine Klamotten anzufassen? Ach, jetzt hast du mich reingeportet. Nero, 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 ich hab Angst, ich hab Angst, dass es donnert. Lass mich. Warte. Ja, dann mach du. Das war dann noch deine. Das. Ja. Es ist so schön, wenn du mich... Ein Musikant zu sein. Da, 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 da. Ach so. Ach so, das geht direkt ins Inventar wieder, ne? Hier liegt was für dich, Dynamo. Ah, komm her. Aber erst kommt er in die Schränke, ne? Ja. Nimm die los, nimm die los. Ne, dir fehlt der jetzt noch hier, ne? Der, der Bogen fehlt mir noch. Oh, der fehlt der Schränke. Und die Knüppelkeule hab ich auch noch gehabt. Ah, dankeschön. Bitteschön. Die Kriegskeule hatte ich. Was? Das? Ja. Was? Das? Und das? Und die Keule, die Knechtunrechtschlägel. Und das? Kinders, wir brauchen ein bisschen Holz. Und, aber ich hab keine Pfeile. Ich will auch noch Pfeile wieder haben. Mindestens 20. So viel hab ich dann immer mehr. Ach, das hab ich noch. Okay, dann 5 oder 10. Warte, warte. Was fehlt jetzt noch? Mütze, ne? Mütze-Klatze, Mütze-Klatze, Mütze-Klatze. Schuhe. Alter, was habt ihr denn da ganz mitgebracht? Die ganze Alice-Family hier. Wirst du denn, willst du, willst du, willst du, willst du jetzt irgendwas sagen? Warum hast du denn jetzt mir die alten Dinger gegeben? Wat für alte Dinger? Das müssen wir den Weg jetzt auch mit zwei Leute dran stellen können. Was für alte Dinger, bitte? Na, was für alte Dinger, bitte? Deine alten Dinger. Nein. Was für alte Dinger? Alter, jetzt hast du die Mütze kaputt gemacht. Was für alte Dinger? Dann gib mir die vollkackte Antwort, du kleine Pappenhauser. Ja, deine alte Hose. Meine alte Hose? Ja. Wie bist du jetzt hin? Rubberbending. Wieso kann ich die nicht reparieren? Achso. Fieber und... Halt. Irgendwo Fiber. So. Kinders, was habt ihr alles noch an Ressourcen? Schettin dürfte ich noch haben. Ne, ich meine an Holz. Also Holz, Schett, Lash und Fiber. Ach, keine Ahnung. Muss ich reingucken. Metall. Kann ich jetzt hier nicht... Ich habe hier so ein durcheinander Gedöns. Oh, ein ganzes Gedöns. Scheiße. Ich glaube, ein bisschen geliefert. Er hat ein Gedöns. Er hat ein Gedöns. Er hat ein Gedöns. Er hat ein Gedöns. Rotes Gedöns. Zwei Holz habe ich noch. In dieses Gedöns. Das rückt ihn aus. Zwei Holz. Ähm... Set, ich habe ich... Oh, 18. 18 sogar. 18. Ja, als Helmet. Also nicht reinräumen, mir grad geben. Ich roll das jetzt rein, hier. Ja, oder hast du eine gute Ausbeute gemacht? Na, war Fleisch. Fiber 105. Der Riegel auch. Oh, ich brauche Heid für den Scheiß. Also, sobald wir für den Stegoschönen Sattel haben, haben wir einen Transportmittel. Hey, was denn, Setsch? Ich brauche Setsch. Ich habe gesagt, ich habe plus 14 Setsch. Ich war jagen und nicht Setsch. Ist doch egal. Alles hält er mit. Ich brauche nur eins für den nächsten Schrank. Von daher passt das. Habe ich doch reingetan, Junge. Setsch. Lighten out. Setsch ist leer. Aber ich würde sagen, die Todes machen wir alle auf Passiv, ha? Ich würde sie auch im Zweifelsfall irgendwo mal einzäunen oder so. Das ist ja unser Baumeister, Bob. Ja, ja. Was? Du bist unser Baumeister, Bob. Man nennt mich nicht, Bob. Man nennt mich, Rüdiger. Rüdiger. Ja. Oder der Doktor. Ich bin der Doktor. Gut, wir können erstmal übergangsweise die Dodos als Kühlschrank benutzen. Ja, klar. Du hast die Samenbank vergessen, wieder aufzubauen. Alter, ich habe den ganzen Scheiß noch hier bei mir. Deswegen, ich brauche ein bisschen Setsch und Holz und alles, damit ich die ganze Schränke noch fertig machen kann für heute. Setsch ist doch drin im Setschschrank. Ja, aber sowieso, wir haben 20 Minuten, Kinders. Genau, deswegen. Alter. Ich wollte es gerade schreiben. Ich wollte es gerade schreiben. Sag es doch einfach. Nein, die war gerade im Gespräch drin. Nein, nein. Nein. Oh, ich bin gerade über die Dinos gehüpft. Yeah. Ja. Oh, du bist nicht hier. Oh, zuerst, zuerst, glaube ich, in einem kleinen, fieh ich die Kacke aus dem Arsch und dann, ich komme. Was? Erst, ja, du. Erst aufsammeln und dann drüber springen. Ja, wer war dran? Ja, du. Der immer so doof rachte. Ja, hallo. Wir waren auch. Ja, dann würde ich sagen, liebe Freunde, machen wir hier einen Cut. Ja, es war gerade wieder alles weg, deswegen, ey. Halt's Maul und macht tschüss. Halt's Maul und sag was. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaut auf jeden Fall mal bei allen Kanälen vorbei. Links sind unten, also alle in der Beschreibung verlinkt, die Kanäle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei ARK. Und bis dahin, alles okay. Und tschau. Tschau. Tschau mit Faust. Bye, bye.